Ihr seht jetzt hier unser Wohnfühl-Außenseck, unser Sauna-Außenseck. Wir sind gerade aufgefahren, weil wir öffnen den Bereich um 9 Uhr. Das machen wir aus dem Moment um 8 Uhr herunter, damit ihr euch alles zeigen könnt. Sauna-Außenseck, die Saunagäfte, die einfach hinterher sollen, die möchten ein bisschen zu luftschappen. Es gibt den Saunagäften, kein FKK-Deck. Also es ist wichtig, dass Baderbekleidung an das Stück mit Badenmantel oder mit dem Handtuch. Und ihr seht, es ist wie gesagt schon...